Es ist nicht zu leugnen. Seitdem die Eupener Innenstadt mehrere Jahre lang eine Baustelle war und sich das Stadtbild jetzt langsam verändert, hält sich der Zulauf in Grenzen. Es ist einfach weniger los in der Stadt. Das stellen viele Menschen im Eupener Raum fest. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, doch haben die Entwicklungen der letzten Jahre ihre Spuren hinterlassen. Der Traditionsbetrieb Neumann in der Bergstraße ist zum Teil Opfer dieser Entwicklung. Er schließt definitiv. Umsätze sind die letzten drei Jahre dermaßen zurückgegangen, dass es besser war, das Geschäft zu schließen. Weil wenn man kein Geld verdient, man muss einfach sagen, die Arbeiten in Eupen waren einfach zu lange. Man hat versucht, die drei Jahre, wo die Bauphase war, zu bestehen. Aber jetzt sind wir schon im vierten Jahr und der Umsatz hat sich einfach nicht erholt. Und dafür waren wir praktisch gezogen, das Geschäft zu schließen. Bauarbeiten, die zu lange gedauert haben und die Kundschaft aus der Stadt ferngehalten haben, das ist das Fazit vieler Geschäftsleute und auch vieler Kunden. Diese haben nämlich ihr Kaufverhalten geändert. Man hat versucht, gewisse Leute umzuerziehen. Das heißt, man hat versucht, dass die Leute ihre Autos außerhalb parken und dann zu Fuß durch die Stadt gehen. Und man sieht, dass die Leute das nicht annehmen und das muss man überdenken. Frank Neumann ist es schwer gefallen, sein Geschäft aufzugeben, das er vor 30 Jahren von seinen Eltern übernommen hatte. Mit der Schließung geht eine Ära zu Ende. Ich bin Mitteilhaber einer Brasserie in Eupen. Dann arbeite ich noch für eine Firma, auch im Textil, wo ich eine Vertretung habe. Also ich habe Arbeit genug, das ist nicht das Problem. Nur wie gesagt, mein Baby war mein Geschäft und dafür fällt das mir schon sehr, sehr schwer. Leicht ist es auch nicht, dem Ehepaar Dellas gefallen, eine Entscheidung zu treffen. Hier standen die Menschen heute Schlange, um vom Räumungsverkauf zu profitieren. Man hat schon, wenn man dazu sagen kann, man hat einen Brick im Bauch. Und da muss man durch. Das ist für jeden, der aufhört, gleich. Wir haben jetzt ohne Probleme aufhören können. Aber man trauert vier Generationen doch schon nach. Also wir sind jetzt die vierte Generation. Mein Urgroßvater, der hat Ende 1800, 1800, in der 70, habe ich jetzt nicht parat liegen, in der Unterstadt angefangen und ist von Generation zu Generation weitergegangen. Und ja, das hat man hier im Börchelchen. Also das tut schon, macht schon was aus. Ein Grund für die Schließung sei natürlich die Rente, doch es gebe auch eine andere Erklärung. Die Stadt hat die Rahmenbedingungen geändert durch die Renovierung des Stadtgerns. Und da müssten wir uns jetzt neu aufstellen, neu anpassen, neues Sortiment nehmen und auch unsere Immobilie hier verändern, renovieren. Und da geht eine ganze Menge Kraft und auch sehr viel Geld drin. Und dann vielleicht noch um zwei Jahre weiter zu machen, maximal drei Jahre weiter zu machen, da hole ich die Investition nicht mehr raus. Und auch dann in drei Jahren würde ich höchstwahrscheinlich keinen Nachfolger finden. Also da haben wir gesagt, jetzt ist der beste Moment. Jetzt kann ein neuer Mieter von dem Aufschwung, der jetzt hoffentlich kommt, nachdem hier die Bauarbeiten beendet sind, profitieren. Dennoch freue er sich auf die Rente. Dann gäbe es Zeit, unser Land besser kennenzulernen und den Hobbys nachzugehen. Neue Wege beschreitet auch die Betreiberin von Hasta La Pasta. Sie verabschiedet sich mit mehreren Frühstücksbuffets von ihren Kunden. Die Bauarbeiten hätten dem Geschäft stark zugesetzt. Aber auch die Gesundheit, erklärte sie uns. Und bald wird ein weiteres Geschäft im Umkreis schliessen.